Moin Leute, willkommen zu diesem Abend wieder zu den Predictions der MotoGP Saison 2022 mit dem Rennen aus Österreich-Spielberg. Los geht's heute um 14 Uhr live auf der Zone und bei ServusTV. Das Rennen gewinnt Fabio Di Guigianantonio, herzlichen Glückwunsch dahinter, Andrea Dovizioso. Dann kommt dritter ins Ziel, Fabio Cotteraro vor Marco Bezienzi. Fünfter wird Darren Binder vor Stefan Bradl. Und siebter und dachter wird Michael Oliveira und Alex Marquez. So, das war's von der MotoGP, dem Rennen aus Österreich-Spielberg. Saison 2022 der MotoGP Saison 2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergisst auch nicht zu abonnieren, damit wir Ende des Jahres die 800 AbonnentInnen haben. So, wenn euch das wieder gefallen hat, vergisst auch nicht die Glocke, dann neben diese aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis deiner guten Waste. Ciao! Ciao!